Teil 37 Die Entpuppung Dienstag, 21.20 Uhr Vor dem zweiten Rennen war die Stimmung im Paddock Grill aufgekratzter als beim ersten. Madison stand etwas seitlich von Reading und ließ ihn nicht aus den Augen. Er hatte im letzten Moment Geld auf Robbie the Lucky gesetzt. Seine Wangen waren leicht gerötet. Ein dünner Schweißfilm bildete sich auf seiner Oberlippe. Als die Hunde aus den Boxen stürmten, sprang er auf und feuerte seinen Favoriten lautstark an. Robbie the Lucky! Robbie the Lucky! Er nahm nur noch die Rennbahn und die Hunde wahr. Robbie hatte nicht ganz so viel Glück, wie Reading es sich wünschte. Der Windhund wurde Dritter. Viel lohnender wäre es für Reading gewesen, die Entpuppung in seiner Ledertasche mitzukriegen. Ein grünes und ein rotes Insekt krabbelten flink aus der Ledertasche und hoben ab. Das grüne flog voraus, das rote war etwas von der Rolle. Es versuchte, der Flugbahn des grünen Insekts zu folgen, was misslang. Es knallte desorientiert an das Bein des Nachbartisches, lag zappelnd auf dem Rücken und kam nicht wieder auf die Beine. Das grüne Insekt kehrte um und umschwerte es. Eine dunkel gekleidete Gestalt pirschte sich heran und klaubte das Tierchen auf. Als sie sich unauffällig zurückzog, stieß sie mit der Bedienung, die ein Tablett voller Getränke balancierte, zusammen. Die Frau war Profi. Kein Glas fiel um, nur etwas Flüssigkeit schwappte über. Ihr giftiger Blick sprach Bände. Chrissy huschte zurück zum Tisch. Mit angehaltenem Atem öffnete sie ihre Faust. Das rote Insekt lag leblos auf dem Handteller. Es war potthässlich. Das rechte Bein hing lediert zur Seite. Green surrte heran, umrundete Red und zerrte grob am linken noch heilen Bein. Hey, lass die Show, das ist doch nur Chrissy, zischte er. Es war ganz komisch. Chrissy bildete sich ein, Greens Worte nur im Kopf zu hören. Hören war falsch. Es war, als ob die Sätze sich einfach zwischen ihre Gedanken schoben. Das rote Teil erwachte aus der Starre. Menschen sind ungeschickt und grob. Ihre Körpergröße ist im Verhältnis zu ihrem Verstand absolut überproportioniert, knatterte eine herrische Stimme in Chrissys Kopf. Ah, ganz die Alte. So gefällst du mir schon besser. Darf ich vorstellen, das ist Chrissy, eine deiner Retterinnen. Und nach menschlichem Maß eher klein und geschickt. Und liebe Chrissy, das ist Red, die wir mühevoll aus den Fängen der Schergen befreit haben. Und sie ist, wie du siehst, voll Dankbarkeit und Hochachtung. Ah, sorry, ich hab's verdrängt. Bei Menschen muss man ständig Danke sagen und Männchen machen. Also, tausend Dank, knurrte es in Chrissys Hirn, die sich ungläubig die Schläfen rieb. Ist mit dir alles in Ordnung? fragte Madison und setzte sich neben Chrissy. Seid ihr verrückt geworden? Habt ihr die ganze Menschheit eingeweiht? Reds Stimme schrillte jetzt schlimmer als ein stechender Kopfschmerz. Madison, ist das möglich? Kannst du auch ihre Gedanken lesen? fragte Chrissy verzweifelt. Lesen? Spüren! Die fahren wie Blitze durch meine Hirnwindungen. Hoffentlich kann man das wieder abschalten. Red klingt wie ein Sirenenalarm bei Umweltkatastrophen. Sorry, die Schwingungen waren zu stark für euch. So müsste es besser sein, oder? schnurrte Green wohlig in ihren Köpfen. Madison, du hast doch sicher nichts gegen roten Ohrschmuck. Nur wenn's unbedingt sein muss. Danke! Green fokussierte Red. Die beiden kommunizierten, ohne die Mädchen einzubeziehen. Red schien ein wenig zusammenzusacken. Dann transmexte sie. Green schlüpfte erleichtert unter Chrissys Schiebermütze. Wird eine Weile dauern, bis sie mit allem zurechtkommt. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, säuselte er glücklich. Ja, klasse, wirklich. Aber Green, wie kommen eure Stimmen in unsere Köpfe? Es ist zum Verrücktwerden. Und wo in aller Welt stecken Raymond und Blue? Stöhnte Chrissi. Das sind zwei Fragen auf einmal. Erstens, ich sende meine Gedanken in Wellen. Meine Botschaft dockt bei euch an und ihr empfangt sie und transferiert sie automatisch in Hirnströme. Am Anfang war das Level zu hoch, aber jetzt funktioniert es doch. Geile Technik, oder? Zweitens, ich habe keine Ahnung, wo Raymond und Blue sind. Raymond hat den Kerl in Rosa beschattet. Er hat sich eine SMS geschickt. Wartet. Madison klappte ihr Handy auf. Sie sind in Brixton ausgestiegen. Wo sind sie raus? Brixton. Chrissi schluckte. Da war was mit Brixton, oder? Joaquin hatte sie heute Mittag doch unbarmherzig über London zugetextet. Ein ungutes Gefühl machte sich in ihr breit. Was ist los? Fragte Madison irritiert. Joaquin hat mich vor Brixton gewarnt. Drogen, Gewalt und Messerstechereien. Aber nur bei Nacht. Es ist bald zehn. Ruf ihn an, brummte es sanft in ihrem Kopf. Chrissi blickte auf Raymonds Handynummer. Es klingelte. Er nahm nicht ab. Seine Mobilbox schaltete sich ein. Verdammter Idiot! Warum geht der nicht ran? Schimpfte sie. Los, gehen wir! Vor dem Stadion standen etliche Caps. Ich fahre euch zur Walthamstow Central. Mit der U-Bahn kommt ihr viel schneller durch die Innenstadt nach Brixton als mit meiner Cap, sagte der ältere Fahrer. Er wollte die Mädchen nicht ausnehmen. Muss eh nachher zur Versammlung, sonst verliere ich meinen Job, erzählte er und zeigte auf einen weißroten Aufkleber. Sie wollen das Walthamstow schließen. Aha, sagte Madison und las, save our stow. Das Stow wird sich nicht mehr rentieren, behaupten die Betreiber. An die vielen Arbeitsplätze denkt niemand. Aber vielleicht können wir das noch ändern, fuhr er mit sorgenvoller Miene fort und berichtete von geplanten Demos und Aktionen. Chrissi saß auf der Rückbank, ihr Handy permanent in Aktion. Endlich nahm jemand ab. Kallo, hier ist Chrissi, wisperte sie. Bitte stell keine Fragen, komm ganz schnell nach Brixton. Wo in Brixton? Oh Gott, wo? Warte, komm am besten zum Eingang der Brixton Station und beeil dich, es ist ein Notfall. Sie rannten in den U-Bahnhof und erwischten gerade noch die Tube. 16 endlose Stationen. Raymond ging immer noch nicht ans Handy. Das war Teil 37 von Scromax London. Die Suche. Was ist es, okay? Vielen Dank.